Oder? Ja. Wir chillen hier. Vorm Studio. Und es gibt wieder was Neues. Also hör mal zu. Meinst du, zeig ich euch jetzt oder was hier? Wir sind hier gerade in Neukölln, Bocholt. Ich chill hier mit meinem neuen Rapperfreund. Saad, Baba Saad. Das ist Baba Saad, der ist ein bisschen geschrumpft in der Badewanne. Und da war der nicht mit mir, Alter. Ich bin doch nicht schwul, Mann. Nein, wir chillen hier gerade vorm Studio. Und wir machen ein paar wunderschöne Weihnachtslieder für euch. Also ich hab gedacht, ich bring mal ein paar Remixes raus von Jingle Bells und von den ganzen anderen Gedöns. Ich wollte noch ein paar Leute grüßen. Chico 4 6 auf jeden Fall. Richtig geiles Video hast du da drinnen. Richtig fett mit den geilen Moves. Richtig gut. Ja, und wie lange kannst du ein Video machen? Noch lange. Ja, er macht gerade ein Video und legt das mal auf sein. Er ist ein neues Supporter. Der supportet uns auch. Der gehört zu unserer Crew auf jeden Fall. Wir sind hier die Chiller. Die 4 6 Ghetto Blog Sounds. Man kann's nicht... Nein. Hey, Mann. Wie viel Grad, Mann? 5. 5 Grad. Er steht in... in... Hemd, in Designerhemd, Designerkleider. Tja. Ja, Ando tragen Hollister und er trägt Designer. Ist dein Auto hier? Ist dein... sein Honda? Nein. Mein Auto zeigen wir nicht, Alter. Ich hab kein Auto. Ich hab manchmal früher schon. Wir sind gelaufen. Nach Neukölln. Einmal nicht Spaß. Tja. Unser... zweiter Joker-F ist da oben gerade am Wischen. Nur mit, wie gleich in Studio rein können. Und dann mal wieder mal ein paar neue Dinger machen können. Steam Black und Babassat. Neues Track. Nice. Hä? Neues Track. Beide Cid-G Priorität. Vielen Dank.